Franz Schubert von Session Musik auf der Musikmesse 2012. Wir sind hier auf dem Stand von Lakewood und ich freue mich aus persönlichen Gründen besonders mit Martin Silica persönlich sprechen zu können. Hallo Martin, grüß dich. Hallo Franz, freut mich dich wiederzusehen nach all den Jahren. Wir haben eine lange gemeinsame Geschichte und ich freue mich, dass wir die fortsetzen können. Wir sind hier, um uns die Neuheiten anzugucken. Ich habe gesehen, ihr habt einen Wechsel im Tonabnehmersystem und ich würde mich dafür interessieren, wenn du mir erklärst, was ihr damit vorhabt. Richtig. Wir haben ein neues Tonabnehmersystem jetzt auf dieser Messe vorgestellt. Ein System, das von der Firma LR Bags in Amerika hergestellt wird, mit dem klangenvollen Namen Anthem, Hymne übersetzt. Dieses Anthem-System ist an der gleichen Stelle eingesetzt in die Gitarre, an der wir auch unser bekanntes und auch bewährtes Tonic-System eingebaut haben, nämlich im Schallloch-Bereich der Gitarre. Ich mag das gerne demonstrieren an einer der Gitarren, die ich jetzt in die Hand nehme. Bei dieser Gitarre, nebenbei gesagt, handelt es sich um ein ganz besonderes Instrument, dass wir in der Custom Shop-Reihe aus Kokobolo-Holz für Boden, Sarge, lecker, und eine Adirondack-Decke gemacht haben. Gibt sie auch als Schokolade? Nein, es gibt sie nicht als Kokobolo-Schokolade, aber wir haben natürlich den Duft in Tüten eingefangen und können ihn also auch entsprechend anbieten, sodass Leute zumindest, wenn sie sich nicht in der Lage fühlen, das Instrument zu kaufen, eine Tüte Kokobolo-Duft für uns erwerben können. Naja, also, das System befindet sich im Schallloch-Bereich. Da muss die Kamera ein bisschen näher dran gehen, um mal einzufangen, um welche Bedienungselemente es sich handelt. Es ist dieses schmale Element, das ganz puristisch, wie bei einer hochwertigen HiFi-Anlage mit wenig Reglern ausgestattet ist. Für die Lautstärke ist dieser Regler verantwortlich. Für den Mix zwischen den zwei Tonabnehmern, die in der Gitarre eingebaut sind, ist dieser Regler verantwortlich. Bei den beiden Tonabnehmern handelt es sich einerseits um einen Tonabnehmer, der im Steg der Gitarre eingesetzt ist, unterhalb der Steganlage, und um ein ganz speziell entwickeltes Mikrofon, das an der Innenseite der Gitarre den natürlichen Klang des Instruments in ganz besonderer Weise auffängt. Und dieses System ist nach unserer Meinung zurzeit das natürlich klingendste System, das zusätzlich zu dem natürlichen Klang auch noch die Perkussionsgeräusche, die viele Gitarristen mittlerweile an ihrer Gitarre bevorzugen, um den Klang auch noch zusätzlich zu erweitern, in ganz wunderbarer Weise auffängt. Man kann das Mikrofon im Übrigen, weil man es hier nicht sehen kann, in einer Anordnung sich anschauen, die wir hier an der Wand im Custom-Shop-Bereich zu sehen haben. Ah, sehr interessant. Lass uns da mal hingucken, das ist natürlich spannend. Ja, in dieser aufgeschnittenen Gitarre, die wir also, das hat die Gitarre natürlich gar nicht gemocht, aber trotzdem mal geöffnet haben, sieht man von der Innenseite her, dass ein Mikrofon an der Stelle, an der der Steg von außen befestigt ist, positioniert ist. Und dieses Mikrofon nimmt genau an der Stelle, wo der Klang im Grunde entsteht, die natürlichen Schwingungen des Instruments auf. Man kann die Elektronik sehr schön sehen, mit der Kurzbeschreibung, welche Regeln für welche Aufgabe verantwortlich ist. Und letztlich ist es uns wichtig, in einer wirklich hochwertigen Gitarre ein System zu installieren, das mit möglichst wenig störenden Einbauten einhergeht. Wir wollen keine Einfräsungen in den Zargen haben, wir wollen keine großen Kästen in den Gitarren haben, die den natürlichen Klang des Instruments beeinträchtigen. Und so ist das Anthem-System von BAGS unsere Wahl für die Zukunft und wird von jetzt an uns mit allen elektroakustischen Gitarren begleiten. Franz, ich wollte dir noch was erzählen. Vielleicht hast du das mitbekommen im Laufe der letzten Monate, wie sehr sich dieser koreanische Ausnahmegitarrist Sunga Jung mit 16 Jahren mittlerweile entwickelt hat. Von Kindesbein an hat er Gitarre gespielt, hat durch viele Kopien anderer Gitarristen natürlich viel gelernt und mittlerweile seinen eigenen musikalischen Stil entwickelt. Er ist nun im Grunde, naja, ich würde mal sagen, von der Größe so zwischen uns beiden, etwas größer als du, etwas kleiner als ich und spielt hervorragende Gitarre und hat mittlerweile auf YouTube 450 Millionen Zugriffe gehabt. Das ist so die Klasse von Lady Gaga und Justin Bieber, wobei ich die Musik von Sunga Jung eindeutig bevorzuge. Ich muss sagen, also er ist ganz klar ein Phänomen. Er ist ein wirkliches Phänomen und das Großartige ist, dass er durch seine Jugend sehr viele Altersgenossen dazu bewegt hat, mit der Gitarre anzufangen. Also er ist jemand, der wirklich für die Gitarre sehr viel tut, vielleicht ohne es wirklich zu wissen, aber er macht es und andere kommen auf die Idee, dieses Instrument zu erlernen. Und für uns war die schädliche Zusammenarbeit mit Sunga Jung natürlich ein Anlass, eine Signature-Gitarre zu machen. Und diese Signature-Gitarre stellen wir hier in Frankfurt das erste Mal vor. Das ist ein Instrument, das seinen ganz typischen Schriftzug zeigt, der im Griff dort eingelegt ist. Stilisierte Gitarre mit seinem Signet, mit seiner Unterschrift und ganz wunderbar zu erkennen in dieser Größe Wir haben also gestern auf Facebook mal schnell gepostet, dass diese Gitarre dann jetzt auch erhältlich ist und haben innerhalb von einer Stunde 70 Rückmeldungen bekommen und Leute, die Oh, I want this guitar, where can I buy this guitar, gehört. Also sehr viele natürlich aus Asien, aber auch manche aus Europa. Und wir glauben, dass wir wirklich einen Wunsch erfüllen für viele, die sich mit Sunga Jung identifizieren wollen, dass sie nun endlich auch seine Gitarre spielen können. Finde ich eine sehr schöne Idee. Ich würde da gerne etwas dazu sagen auch. Weil es gibt natürlich sehr viele Geschichten über Endorser und Hersteller. Was ich an dieser Geschichte besonders finde, ist natürlich erstmal die Person von Sunga Jung an sich. Weil er wirklich ein Ausnahmephänomen ist. Ich finde es aber auch für mich aus der menschlichen Sicht eine ganz wichtige Sache, dass du auf der einen Seite die Qualität von diesem jungen Künstler erkannt hast und gesehen hast, dass das ist jemand, der wirklich mit Leidenschaft spielt, dass du auch die Begeisterung seines Spiels teilst und nicht einfach nur das als wirtschaftlichen Aspekt nutzt, sondern das ist eine echte Kooperation, eine Zusammenarbeit, eine Beziehung. Wir sind im Grunde in einem Augenblick zueinander gekommen, in dem Sunga Jung zwar auf YouTube auch schon viele Titel gezeigt hatte, aber die Popularität natürlich noch gar nicht so gegeben war. Ich habe einfach geglaubt in diese Musikalität, in die Entwicklungsfähigkeit. Die Kontakte zu ihm und zu seiner Familie sind einfach so herzlich und eben nicht von geschäftlichem Interesse primär geprägt, dass uns diese Zusammenarbeit ungemein wichtig ist. Und ich denke, das ist eine Sache, die auf Gegenseitigkeit beruht. Martin, da vielen Dank, ich stehe besonders. Herzlichen Dank. Und ich freue mich auf die nächste Zeit mit dir.